hallo ihr lieben camper hier ist wieder mal ein kleines werkstatt video von mika caravan aus dingesbühl ich wollte euch hier mal kurz den einbau zeigen was wir hier fabriziert haben wir haben hier eine 150 amperestunden lithium liontron batterie verbaut hier sehen wir die gleich auf der rechten seite muss jetzt hier mit dem lichter bisschen spielen dann haben wir hier oben einen viktron ladebooster verbaut mit 30 ampere hier zur linken haben wir ein ladegerät von der firma viktron verbaut wo 220 volt lädt die also mit 220 volt die lithium batterie lädt weil wir halt schon darauf oder kunde natürlich darauf geachtet hat dass man die richtige ladekennlinie haben und bei dem vorhandenen ladegerät kommt man nur agm und gel einstellen sicherlich funktioniert es mit gel aber natürlich darum gibt es auch ist eine lithium kennlinie dann entsprechend schon besser und dann tauschen wir teilweise auch öfter mal die ladegeräte entsprechend mit aus dann haben wir hier noch einen wechselrichter von der firma büttner mit 1500 watt und hier oben natürlich unsere netzumschaltung sprich netzvorragsschaltung netzumschaltung wie man es nennen mag das haben wir hier verbaut schön sauber ordentlich auf kleinsten raum drauf geachtet damit natürlich auch alles wieder vorschrifts mäßig sauber funktioniert was man auch immer machen beim wechselrichter verbauen ist natürlich nach dem 220 volt wechselrichter ausgang einen fi verbauen sprich einen fehlerstrom schalter damit auch dementsprechend bei defekten geräten oder falls mal irgendwas sein sollte mit einem gerät nicht gleich der fi also der fi raus springt und nicht gleich der wechselrichter dementsprechend schaden nimmt und darum haben wir da natürlich auch einen fi vorgeschalten das ist auch ganz wichtiges thema und dann haben wir noch ein paar kleinigkeiten im innenraum verbaut da schauen wir mal kurz vorbei jetzt schleiche ich mich hier mal durch das ist ein wunderschönes fahrzeug ein älterer la strada ganz tolles auto ein wunderschöner van also muss man ganz wirklich sagen ganz toll dann hat der kunde noch ein paar wünsche gehabt sehen wir mal hier innen drin hammer hier die büttner schalltafel verbaut wo man dann dementsprechend einfach drauf drückt und dann funktioniert und wir haben natürlich auf alle vorhandenen steckdosen 220 volt kann man hier wieder ausschalten dann haben wir hier den kunden noch eine zusätzliche steckdose verbaut und hier innen drin haben auch noch mal eine usb steckdose verbaut weil der kunde da immer ganz ein handy laden möchte und da dementsprechend das haben wir dementsprechend die möglichkeit hier geschaffen sauber die kabel verzogen sauber die ausschnitte gemacht so dass man natürlich nichts sieht und damit es ordentlich verbaut ist was immer ganz wichtig ist jetzt kommt natürlich noch ins heck eine lade steckdose bezüglich für die bikes damit auch die geladen werden können das kommt jetzt dann auch noch dran und dann ist das fahrzeug auch schon wieder fertig und bereit zur auslieferung und morgen machen wir dann den eurer weiter wo wir ja schon dementsprechend an vorfilm gemacht haben und da zeige ich euch dann wieder wie es weitergeht in diesem senne mein kurz video ich wünsche euch einen wunderschönen abend und alles gute ich freue mich über likes und natürlich auch über ein abo von euch und auch gern immer wieder anregungen falls interessante themen dabei sind was euch interessiert wo man noch verfilmen können oder wo man auch dementsprechend noch was zeigen können und dann kommt auch in den nächsten tagen ein ganz spannendes video über wasser und deren autarkie weil wir können natürlich in der autarkie mit dem strom hantieren wir können lithium solar alles können wir bauen heizung können auf diesel umrüsten so dass man auch ziemlich autark sind der limitierende faktor ist immer noch das wasser aber auch da kann ich euch lösungen anbieten und das ist sehr sehr interessant und ihr dürft gespannt sein abonnieren dann bleibt daran und wird immer informiert wenn was neues kommt ich wünsche euch was bis demnächst alles gute tschüss